ein spannender tag denn bei all dem was wir bisher schon gesehen haben wichtiges steht uns ja in dieser woche generell und im speziellen heute noch bevor heute abend 20 uhr gibt es die fed notenbank sitzung und da ist durchaus bewegung am markt zu erwarten trotz alledem wollen wir mal auf den chart gucken und ich habe mal den dau angefangen hier ich habe bewusst die zeichnung nicht verändert von gestern ich glaube ich habe die blaue linie ein bisschen verschoben mal vorhin aber auf die kommt es auch gar nicht so sehr drauf an denn es ging uns gestern da sah das bild noch ungefähr so aus wir machen jetzt noch mal übungen am objekt und dann können wir das nämlich gleich verwerten für das was uns jetzt bevorsteht ungefähr so sah das gestern aus haben wir gesagt hier vorne haben wir einen schub hier haben wir eine korrektur das sieht ziemlich dreiwellig aus wenn ihr das mal so guckt klassisch korrektives muster wir sind tief genug gefallen was heißt das mit dem tief genug also 38 20 das sieht man hier nicht so gut 50 61 8 in diese zone sind wir reingefallen und die erwartungshaltung ist dass wir das gleiche was wir vorne hatten hinten noch mal bekommen das habe ich sogar genau gemessen das ist hier die 100 prozent marke das ist die erwartungshaltung was typischerweise passiert wenn alles gut geht das ist nicht immer so aber wenn dem so sein sollte dann sollte diese marke durchaus realistisch erreicht werden und ihr seht millimeter genau nicht erreicht zumindest mal nicht mit dem anlass dann aber im laufe der zeit später schon also seht ihr in etwa wie so eine situation aussieht wenn ihr jetzt den stopp hier so gewählt hätte mit diesen dann werde hier ausgestoppt worden wäre zwar der gewinn geringer gewesen aber auch das wäre ja noch ein solider gewinn selbst im verhältnis sondern zum risiko wenn ihr einen anderen stopp zum beispiel den parabolik ich habe ja erzählt dass ich gerne wenn wir auf die 100 zu gehen dann ab der 70er marke den engeren nehmen dann werde hier raus gegangen also ihr seht leider für den für die gewinn mitnahme die mache ich immer sehr pünktlich hier auf die 100er marke hätte das dann in dem fall nicht gereicht die andere alternative ist naja man lässt es laufen weil man glaubt dass noch mehr potenzial da ist aber das war gestern nicht das thema aber ich möchte euch so ein bisschen die augen in diese richtung motivieren zu öffnen wenn ihr einen anstieg habt wenn ihr eine korrektur habt dann ist es wenn das der erste anstieg ist das war es weil der kurs kam von oben anschließend sehr realistisch dass wir das gleiche noch mal haben oder irgendwie auch in irgendeiner form noch mehr so das ist jetzt alle geschichte und dann kann man sagen warum erzählt der alte mann uns das es hat aber einen vorteil wenn wir das im hinterkopf noch mal haben denn wenn ich mir diese bewegung hier angucke und dann vergleiche mit dieser bewegung was auch immer das jetzt hier sein sollte könnte man auf den gedanken kommen irgendwie sieht das nicht ganz so nicht korrektiv aus was war das noch mal mit den korrekturen das ist eine gegenbewegung das ist eine gegenbewegung hier jetzt sogar noch mal eine gegenbewegung das werden wir noch sehen wenn er tiefer geht wäre das eine aber egal wie überschneidung und damit sind wir im korrektiven muster aber haben wir nicht hier auch überschneidung gehabt jetzt gucken wir mal wir haben hier eine und diese hier wir haben hier eine die sind knapp überschneiden aber das war die nächst große also ich würde sagen die mittleren beiden sind nicht überschneiden die äußeren beiden sind nicht überschneiden also ich würde jetzt mal so grob zumindest mal sagen dass das hier die steilere die heftigere die deutlichere bewegung ist im gegensatz zu dieser und deshalb wenn man mich jetzt fragen würde und ihr seid ihr jetzt nur hier ihr seid auch verhaftet euch das anzuhören ist das was wir hier in der abwärtsseite haben egal ob wir das jetzt hier mit diesen etwas heftigeren gewackelt noch mal mit rein nehmen oder nicht aber ist das was wir hier haben eher ein korrektiven muster und dementsprechend ist es etwas was ich klassischerweise sehr gerne für einstiege nutze allerdings erst wenn wir getriggert werden und das wäre im moment so das letzte zwischenhoch vorsichtig nicht das das ist in der aufwärtsbewegung der punkt ist tiefer nichts rechts vom tief sondern links vom tief ist dafür relevant also sprich solange diese abwärtsbewegung unterhalb dieser marke bleibt werde ich hier nichts machen wenn der kurs hier drüber geht dann wäre das ein möglicher long einstieg und jetzt überlegen wir mal kam diese bewegung von also das was davor war von oben oder unten der punkt ist niedriger als der also kam die bewegung von oben also wäre das eine erste bewegung also wäre nach der korrektur eine fortsetzung dieser art sehr realistisch dann das heißt meine erwartungshaltung vorläufig erstmal hier nach oben ausgerichtet es ist im prinzip hier das gleiche ganz grob wie das was wir hier haben man kann hier ein bisschen markieren ist das wirklich toll oder nicht aber wenn ich die beiden hier vergleiche würde ich sagen der anstieg von den finde ich schon sehr viel dynamischer und wenn wir triggern ich weiß nicht ob wir triggern kann ja sein dass er sagt nice try aber wir gehen hier nach unten durch möglich aber dann triggern wir auch nicht und dann bin ich ja auch nicht long aber wenn er diese marke triggert wäre das im prinzip ein zeichen naja wir wollen es doch mal versuchen und dann wäre das was wir hier vorne haben sozusagen die erwartungshaltung dass wir das hier hinten noch mal bekommen so rüdiger hand aufs herz handelst du das nein werde ich nicht tun warum nicht weil wir hier im fünf minuten chart sind heute die fettentscheidung kommt und ich davon ausgehen muss dass um die fettentscheidung um 20 uhr wo ist es ungefähr hier bewegung ist und ich die zu viel sorge habe dass wir hier blöd ausgestoppt werden das heißt auf diesem zeitsegment wird jetzt heute von unserer seite aus nichts mehr gemacht was wir jetzt hier haben wenn wir vermuten werden dass es länger geht als die das ereignis und wenn wir das jetzt mal so grob hochrechnen mein ziel grob hochgerechnet haben wir morgen früh um sechs uhr oder fünf uhr das muss jetzt nicht so sein wegen nachthandel kann sich das in die länge ziehen das ist jetzt nicht das thema aber auf jeden fall sind wir jenseits der fettentscheidung deshalb nein tolle idee schön dass wir darüber gesprochen haben aber für mich jetzt im antwort ich weiß nicht ob ihr das auch so seht aber ich möchte euch ja auch vermitteln wie wir unsere sachen sehen aber ich persönlich mache keine trades zu dieser zeit natürlich kann man innerhalb von ganz kurzer zeit viel geld verdienen um diesen zeitpunkt nämlich 20 uhr heute abend oder 20 30 zur pk aber das gefahr ist dass wenn es nach hinten losgeht man eben auch sehr viel geld ganz schnell verlieren kann und das ist es uns nicht wert aber die entscheidung muss natürlich jeder selber finden das muster jedenfalls ist was das angeht in diese richtung relativ gut jetzt ist es noch eine variation dieser geschichte wenn er jetzt noch mal tiefer geht also stellt euch vor der macht jetzt in den nächsten minuten geht gar nicht nach oben sondern geht noch mal tiefer ich finde das fast schöner dann wäre hier das letzte tief vorletzte tief dann würde ich sogar meinen trigger auf diese marke ziehen aber erst wenn er noch mal tiefer ist im moment ist das der tiefste punkt das heißt mein trigger ist aktuell diese marke im fallenden bereich das zwischenhoch nicht im aufwärtsbereich das ist im aufwärtsbereich weil der ist tiefer als alles andere das heißt alles was rechts von diesem punkt ist es schon im aufwärtstrend da der niedriger ist ist das im moment ein aufwärtstrend kann ja sein dass der wieder kaputt gemacht wird wenn der kurs hier durchgeht aber dann erst wird das zum entsprechenden trigger eine wichtige übung in diesem zusammenhang ist noch mal zu gucken wie weit war denn der rücksetzer denn der muss doch gerne in meine blaue kiste viele kennen das in die kiste muss er fahren hier da ist er drin das heißt dieser rücksetzer den wir hier haben ist groß genug um eine vollständige korrektur dieser bewegung zu sein gestern hatten wir das hier gemessen ja erste bewegung hoch korrektur runter war in der blauen kiste spult notfalls an anfang des videos zurück da hatte ich die zeichnung noch drin und dementsprechend war das valide jetzt sind wir wieder da drin das wäre also ebenfalls in ordnung er darf ja noch ein bisschen weiter fallen das ist jetzt kein drama wenn er noch tiefer fällt müsst ihr halt eure zielorientierung dahin legen wo das tief dann ist ja im moment ist es da das heißt das hoch man sieht es jetzt nicht liegt dann irgendwo da oben außerhalb des sichtbereichs wenn das noch tiefer geht dann rutscht natürlich auch das der hochpunkt ein bisschen nach unten aber ich denke das ist klar also dementsprechend müsst ihr das ziel anpassen den entry ja auch entsprechend anpassen so stop variante für die geschichte was haben wir denn damit weil viele fragen ja super aber erzählst du nichts über den stop naja der ist bei mir quasi immer gleich nehmen wir mal an ich mache es jetzt mal so der kurs geht noch mal einmal tiefer das wird mein entry trigger dann kann der stop unter diesen tief liegen oder viele von euch wissen dass ich messe von diesem tief aus bis zum einstieg und dann ist es die 78er marke und wenn ihr jetzt sagt warum nennst du sie denn nicht schon ja ich habe doch noch den tiefpunkt nicht deshalb kann ich das noch nicht messen deshalb kann ich euch den stop jetzt noch nicht nennen viele wünschen das doch konkret würde ich sehr gerne kann ich aber erst wenn ich diesen tiefpunkt habe ja und wer jetzt aber das ist ja blöd wenn ich den weiß dann ich weiß ja noch nicht ob es ein tiefpunkt ist naja ein vorläufiger tiefpunkt relevant wird das dann dass ich die order rein stelle wenn der kurs wieder hier ist dann habe ich immer noch genügend zeit bis er dann da oben ist aber wenn er dann weiter fällt da brauche ich die order gar nicht vorzubereiten das heißt ich warte von diesem möglichen tiefpunkt dass er sich so die hälfte wieder erholt das jetzt ein tipp aus der dann weiß ich wo der stop ist dann weiß ich wo der einstieg ist und dann weiß ich wo mein target ist target 1 zu 1 projektion stop die 78er marke wie es gerade gerechnet habe für euch und das letzte zwischen hoch ist mein einstieg also es droht ein trade hier beim dow jones in dem fall ym nicht irritieren lassen ist das kürzel dafür aber den konkreten punkt kann ich euch noch nicht nennen solange ich das tief nicht habe ich könnte euch das will ich jetzt nur mal einmal dass ihr das mal seht nehmen wir mal an das ist der einstieg und das bleibt bei dem tief dann wäre der stopp das war jetzt völlig falsch rum gezeichnet dann wäre der stopp vom tiefpunkt bis zum einstiegspunkt da dann wäre die stopp marke hier aber wer mich kennt weiß ich mag eigentlich nicht so gerne wenn der so steil und so weit wieder hier runter kommt der wollte doch nach oben warum ist er dann sofort lauffaul nach oben und so intensiv nach unten unterwegs also diese idee gefällt mir noch nicht bitte bitte mach noch mal einen tiefer und dann machen wir das gleiche noch mal von diesem neuen tiefpunkt aus ja ich will ja nicht dass er ja er geht schon hoch und dann geht er fast wieder ganz runter ja wie jetzt begeisterung oder nicht begeisterung er kann sie nicht wieder die hälfte kaputt machen oder nicht die hälfte sondern fast alles wieder kaputt man ist ja fast auf dem gleichen deshalb möchte ich dass er hier noch mal tiefer geht irgendwo und dann das ganze spiel noch mal macht man gerne würde vielleicht sagen na wäre doch sowieso schick wenn er noch mal tiefer geht hier haben wir doch so ein bisschen unterstützung noch das mag sein das kann durchaus eine rolle spielen dass der kurs eben bis dahin läuft und dann dreht das schließe ich gar nicht aus und dann kann man die ganz hardcore jungs und mädels unter euch können dann sagen wenn der kurs hier im kleinen sowas macht kann ich da schon einsteigen die etwas größer orientierten die würden das eben machen und wie gesagt letzter hinweis noch mal dazu ich persönlich heute vor diesen zahlen nicht so sehr ezb habe ich meistens nicht so sehr viel angst davor oder morgen morgen ist ezb und morgen ist die bank of england aber die fett da ist dann schon gerne mal dass der kurs irgendwie sowas macht und das ist dann häufig dass man dann teuer ausgestoppt wird weil man nicht den den richtigen stoppreis kriegt den man sich gewünscht hätte sondern viel teurer ausgeführt wird und da muss ich sagen ist meine leidenschaft für begrenzt und um das eben zu vermeiden lasse ich das sein ist damit dieses szenario rum nein nicht notwendigerweise dann geht er halt noch mal da hoch und kann ja danach immer noch mal runter gehen ich will das jetzt nicht über bewerten dieses ding ich halte diese marke immer noch für gut aber ich habe ja gar kein short szenario im moment also ist völlig egal ob ich davon ausgehe dass er da runter geht noch mal im moment gibt es kein anlass irgendein trade in diese richtung zu initiieren wie ist es beim s&p im wesentlichen ähnlich nur dass dieser rücksetzer nicht so tief gegangen ist das kann allerdings nachher noch passieren dass es vielleicht so was wie eine abc seitwärts korrektur wird immer wenn dieses ding nochmal auf ähnlicher höhe oder vielleicht sogar ein bisschen höher ist als das ding dann ist das eine seitwärts korrektur stichwort wäre flat double sideways viele von euch kennen das wer das jetzt nicht kennt ihr müsst es jetzt nicht zwingend wissen dann lasst es halt weg dann beachtet das nicht das ist eine doofe korrektur weil sie uns keine schönen einstiege erstmal bringt lassen wir es mal beim stichwort doofe korrektur also insofern das wäre etwas was ich hier nicht handeln würde ja weil der einstieg da oben wäre logisch super aber taktisch ich verliere zu viel da drauf das lohnt meistens nicht mehr dann sind meine chancen wieder schlechter wenn das fallende hoch und tief sind gefällt mir das besser und wer jetzt sagt ja aber moment mal warum bist du dann nicht hier rein machen wir einen kurzen test ja machen wir einen kurzen test tiefpunkt hochpunkt in diese kiste muss er reingehen hat er nicht gemacht das ist der grund warum ich an der stelle nicht long gehe kann ja sein dass er trotzdem steigt das kann ich nicht ausschließen aber die wahrscheinlichkeiten und die chance risikorelationen für diesen trade sind nicht so attraktiv als dass ich das umsetzen möchte ihr seht wie wichtig es ist für mich jetzt zumindest mal dass er da rein fällt also in die in die höhe ungefähr wo ich ihn hin haben will vielleicht macht er das ja später noch aber wie gesagt dann aufpassen das könnte seitwärts korrektur sein da müsste einen anderen einstieg wählen zum beispiel schub hoch wackelig runter dann geht das wieder hier auf der karte wenn er jetzt noch mal so runter kommt das könnte ja sein dass das heute nacht morgen früh irgendwie uns was ermöglicht aber der einstieg fällt dann flach ich weiß das ist ein komplexes thema ähm das müsste man vielleicht noch mal extra noch mal angucken aber wie gesagt haltet euch an die einfachen sachen schub hoch wackelig runter in den entsprechenden bereich trigger auf der höhe des letzten zwischenhochs und wenn das eine a b c nur ist dann ist der trigger halt auf dem b da oben sozusagen auf dem zwischenhoch simple simple can be so ungefähr also einfacher kann man es theoretisch nicht machen das ist nicht immer so aber wenn es so ist habe ich ein relativ einfach zusammengestellten trade das ist auch für einfach einfache sichtweise gut oder in einer einfachen sichtweise gut erkennbar und bietet eine möglichkeit da eben einzusteigen und ihr seht hier haben wir es nicht vielleicht kommt hier später noch so was wäre ja denkbar dass wir jetzt noch eine aufwärtsbewegung sind dann hier a b c runter und nachher das halte ich für alles andere als ausgeschlossen aber weiß ich noch nicht wenn es passiert habt ihr eine idee wie ich damit umgehe und die abwärtsseite das war doch relativ stark runter ja wenn es den knubbel den dicksten knubbel und fast den einzigsten knubbel da hat finde ich schon nicht ganz so schön wenn er jetzt sehr korrektiv hier hochgegangen wäre hätte ich gesagt ja trotzdem und jetzt muss ich nur eins machen ich vergleiche das mit dem so mehr oder weniger und jetzt überlegt euch ist das ähnlich wie irgendwie sowas sehr korrektives korrektiv hätte auch so aussehen können irgendwie sieht das anders aus ja also das ist es nicht außerdem wäre schon viel zu oder ist schon relativ hoch zwar vielleicht noch in dieser blauen kiste vielleicht gerade drin aber dann ja mit einer wellenbewegung und da müsste er ja mit mehreren wellenbewegungen hin also die short seite bietet sich hier nicht an vorsichtig das heißt nicht dass der kurs zum beispiel wegen der fettentscheidung nachher maßgeblich nach unten fällt aber die marktteilnehmer lassen das aktuell mit ihrer aktion nicht vermuten ja ganz wichtig bitte nicht sagen ja du siehst hier nur long signal der kann gar nicht fallen ich habe keine ahnung der kann natürlich fallen nur dann bin ich halt nicht dabei weil das kann ich nicht sinnvoll umsetzen dann muss ich raten und raten finde ich nicht so clever und beim raten kann ich meine risiken nicht kalkulieren und deshalb lasse ich das lieber weg der dax nach wie vor ganz schön korrektiv nach oben unterwegs aber nach oben unterwegs und er ist schon sehr weit hoch gegangen wenn ich hier den ausgangspunkt da oben mal sehe also insofern sehe ich die chance gefahr oder möglichkeit dass wir sogar hier nochmal drüber gehen für durchaus gegeben an trotz alledem das sieht sehr korrektiv aus ich habe nicht so richtig die lust noch mal massiv long einzusteigen wer schon long ist stop hinterher ziehen was soll ich da noch sagen solange der steigt fange ich nicht an zu shorten ja mir gefällt das nicht ich erwarte dass das passiert aber ich sehe es noch nicht es gibt noch keinen grund hier auf die short seite einzusteigen das wäre frühestens wenn der kurs hier durchgeht das ist arg weit weg also von mir aus wenn er jetzt irgendwie sowas und wackelig hoch dann könnte man das beim dax mal machen aber im moment sehe ich das noch nicht und deshalb halte ich mich damit mal bedeckt und das ist eine wunderbare idee aber die kann auch noch morgen oder in 14 tagen losgehen im moment sehe ich es nicht und deshalb würde ich jetzt noch nicht auf die short seite wechseln wollen bei dem ansatz hier sowieso nicht so soweit das zu den aktuellen indizes ich hoffe dass euch das ein bisschen hilft euch ganz liebe grüße toi 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 für eure handelsentscheidungen denkt dran heute abend 20 uhr beziehungsweise 20 uhr 30 gibt es hohe volatilität wahrscheinlich im markt hin und her wackeln eventuell mehrere richtungswechsel lasst euch nicht auf dem falschen fuß erwischen mein tipp zugucken popcorn raus die anderen machen lassen und wenn die sich wieder ein bisschen beruhigt haben dann sagen okay das ist ein eher bullisches bild ihr wisst jetzt wie das aussehen müsste oder ein eher bärisches bild ihr wisst wie das aussehen müsste jetzt kann ich mich wieder mit dazu klinken jetzt wo ihr wieder euren anfall vorbei habt mache ich auch wieder mit in diesem sinne euch alles gute und liebe grüße so so Untertitelung des ZDF, 2020